Mein Lebensbock. Paul Erik Matzen, jagdbesessener Filmemacher, hat die Chance auf einen Rehbock zu jagen, dem man eine Goldmedaille zutraute. In einem herrlichen Revier Südschwedens macht er sich mit Kamera und Waffe auf die Pirsch. Matzen hat tatsächlich Jagdglück. Abschließend wird die brave Trophäe anschaulich und fachkundig nach CIC-Formel vermessen. Untertitelung des ZDF, 2020